Karl Friedrich von Weizsäcker, Wahrnehmung der Neuzeit, München 1983, der Aufsatz Burr und Heisenberg, eine Erinnerung aus dem Jahre 1932, gelesen von Dieter Hattrup. Um das Neujahr 1932 besuchte Werner Heisenberg für etwa zehn Tage unsere Familie in Oslo. Mein Vater war seit dem Frühsommer 1931 dort Deutscher Gesandte. Ich studierte in Leipzig, besuchte aber meine Eltern schon im August 1931 und wieder in der Weihnachtszeit. Auf uns, die wir in der Zeit der Wirtschaftskrise, der Arbeitslosigkeit, der politischen Agonie der Weimarer Republik aus Deutschland nach Norwegen kamen, wirkte das Land wie eine Insel der Seligen, auch wenn seine Bewohner, eigenbrötlerische Urenkel der Wikinger und ihrer skalten Landsleute von Björnsen, Ibsen und Hamsen nicht immer wussten, dass sie im Paradies lebten. Als ich im strahlenden Sommer im Nachtzug von Göteborg an einem Werktagvormittag am Oslofjord entlang, nach Norden der Hauptstadt entgegenfuhr, sah ich alle Ufer voller badender Menschen, unter ihnen viele junge Männer. In Oslo angekommen, bekam ich die Erklärung, seit einigen Wochen sei Streik, aber man brauche sich nicht zu beunruhigen, denn mit dem Ende der Badesaison werde auch der Streik sein natürliches Ende nehmen. In Berlin marschierten unter des SA und Rotfront abwechselnd durch die Straßen und lieferten sich Schlachten. Im Winter war Norwegen so schön wie im Sommer. Heisenberg ging mit meinen Geschwistern und mir zu einem mehrtägigen Skiaufenthalt ins Mittelgebirge, etwa zwei Bahnstunden nördlich von Oslo. Man wohnte bei den Bauern in einem einsamen Bauernhof. Es gibt keine Dörfe, nur einzelne Höfe, weit auseinanderliegend. Zu Kirchspielen zusammengefasst. Etwa um 8 Uhr begann die Morgendämmerung, Etwa um 14 Uhr überquerte die Sonne den Horizont und schlich über den Baumwipfeln im Süden entlang. Um 2 Uhr ging sie unter und um 4 Uhr erlosch die Dämmerung. In den hellen Stunden fuhr man auf endlosen Läupen durch den tiefen, kalten Pulverschnee im Wald und immer wieder eröffnete sich der Blick auf die bläulich schimmernden, fernen Waldhöhen. An den Abenden saß man im Gespräch in der warmen Küche. Die Bäuerin hatte kräftige Speisen und immer ein heißes Getränk für uns. Etwa am 7. Januar fuhr Heisenberg mit mir nach Leipzig zurück. In Kopenhagen unterbrach er die Fahrt für einen halben Tag, um Nils Bohr zu besuchen. Er rief zuvor an, ob er einen Studenten mitbringen dürfe, was natürlich und freundlich genehmigt wurde. Es war meine erste Begegnung mit Bohr, fast so folgenreich wie die Begegnung mit Heisenberg, fünf Jahre früher, auch in Kopenhagen. Wir saßen in Bohrs Dienstzimmer im Institut. Bohr hatte den Wunsch, mit Heisenberg über die philosophischen Probleme der Quantentheorie zu reden. Etwa drei Stunden sprachen sie miteinander. Ich saß schweigend dabei. Nachher notierte ich in mein Tagebuch, ich habe zum ersten Mal einen Physiker gesehen. Er leidet am Denken. Bohr war 45 Jahre alt, Heisenberg 30 und ich 19. Für mich war Bohr ein alter Mann. Er war von mittlerer Größe, vielleicht zwei Zentimeter kleiner als ich, die Haltung leicht gebeugt. Den zähen Sportsmann sah man ihm nicht an. Der Kopf, oft betrachtend und wie schüchtern, ein wenig schief geneigt, schien aus zwei verschiedenen Hälften zu bestehen. Die schmale, hohe Stirn und der schon ergrauenden, etwas schütteren Haaren, die er beim Nachdenken raufte, durch Furcht. Die ungeheure Intensität des Denkens. Die etwas fülligere untere Hälfte des Gesichtes, wulstige Lippen, etwas hängende Backen, ein freundlicher dänischer Bürger. Ein oft scheues Lächeln, das das Gesicht durchblitzte, einte beide Hälften. Wie waren die Augen? Dazu muss ich eine Geschichte erzählen. Ein Jahr später kehrte ich mit Bohr vom Skiaufenthalt bei Heisenberg zurück. Er und ich verabschiedeten uns voneinander auf dem Münchner Bahnhof, obwohl wir denselben Zug nach Berlin bestiegen. Er im Schlafwagen, vorn im Zuge, in der Absicht in Berlin, ein Taxi zum Stettiner Bahnhof zu nehmen. Ich hinten in der dritten Klasse sitzend, in der ich zu schlafen gut gelernt hatte. In Berlin musste ich den ganzen Bahnsteig entlang gehen und sah an der Sperre meine Mutter in vertrautem Gespräch mit Bohr stehen. Zu meinem Staunen, denn sie kannten einander bis dahin nicht. Nachher erklärte sie mir, ich habe nur nach dir Ausschau gehalten, aber da kam ein Mann, dessen Augen ich ansehen musste. Mir fielen Bilder von Bohr ein, ich sprach ihn an, und er war es. Die Augen tief unter den buschigen Brauen schienen gleichzeitig genau auf die Dinge zu blicken und durch die Dinge hindurch in eine uns anderen unergründliche Ferne. Den Mitmenschen blickte sie zugleich scheu und gütig an, wie ich es sonst nie gesehen habe. Ein Wort über die Hände. Heisenberg, der schmächtige, blonde junge Mann, hatte die sehnigen, künstlerischen Hände des Pianisten, fähig, Akkorde zu greifen. Bohr hatte die etwas fleischigen, breiten, starken, sicheren Hände eines Holzschnitzers. Ich habe zum ersten Mal einen Physiker gesehen, das war natürlich eine Aggression gegen Heisenberg. Ich lebte mit ihm in einer Spannung, wie sie nur in großer persönlicher Nähe entstehen kann. Als er mir in Berlin im April 1927 im Taxi die Unbestimmtheitsrelation erzählte, ich glaube, ich habe das Kausalgesetz widerlegt, da war entschieden, dass ich Physik studieren würde, um das zu verstehen. Nun war er mein Lehrer und älterer Freund, in allem Technischen der theoretischen Physik war er mir hoffnungslos überlegen. Fing er an, zu rechnen, so hörte ich auf, und wartete das Resultat ab. Aber ich fand, er stellte sich den philosophischen Problemen der Physik nicht, um deren Willen er mich doch in dieses Fach verführt hatte. Weder den Erkenntnistheoretisch-Ontologischen, noch den Ethischen der intellektuellen Spaltung des Lebens in, um seine Worte zu gebrochen, die Dinge, die etwas bedeuten, und die Dinge, über die man sich einigen kann. Musik zum Beispiel bedeutet etwas. Über Mathematik zum Beispiel kann man sich einigen. Aber beide sind einander doch so nah. Ich bin sicher, dass er mich gerne hatte, gerade weil ich diese Forderung an ihn stellte. Aber er verhielt sich zu ihr pädagogisch-defensiv. Pädagogisch? Physik ist ein ehrliches Handwerk. Erst wenn du das gelernt hast, darfst du darüber philosophieren. Und damit hatte er, pädagogisch gesehen, recht. Ihm verdanke ich, dass ein passabler Physiker aus mir geworden ist, und ohne das wäre mein philosophisches, wie mein ethisch-politisches Engagement bodenlos geblieben. Defensiv konnte er aber auch sagen, lass mich machen, was ich kann, das andere kannst du ja dann machen. Ich empfand, dass er hier eine ihm natürliche Bescheidenheit benützte, um sich vor einer jeden angehenden Aufgabe zu drücken. Drängte ich sehr, so konnte er auch sagen, man kann einmal in den Abgrund schauen, im Abgrund leben, kann man nicht. Das war unwidersprechlich. Ich wusste damals noch nicht, dass ich ihn überforderte, und er wusste wohl nicht, wo er mich überforderte. In dieser Lage war die Begegnung mit Bohr eine Erlösung für mich. Hier war ein anerkannter, ein großer Physiker, der sich nicht wie alle anderen Physiker, die ich kennengelernt hatte, um das Leiden an der eigenen Erkenntnis drückte. Sie alle waren stolz, etwas beweisen zu können. Dass sie das, was sie bewiesen hatten, nicht verstanden, dass sie nicht wussten, was es bedeutete, das merkten sie entweder nicht, oder sie erfanden eine Erkenntnistheorie, deren psychologischer Zweck es war, es nicht merken zu müssen. Oder sie zerspaltenten das eine Leben in zwei Hälften, in der anderen Hälfte machten sie zum Beispiel Musik. Bohr wusste es. Sein Begriff der Komplementarität war erfunden, um davon reden zu können. So, wenn er von dem ausschließenden Verhältnis zwischen der Analyse eines Begriffs und seinem unmittelbaren Gebrauch sprach. Er verglich das Denken mit einer Riemannschen Fläche, die man dem Mathematiker durch eine Wendeltreppe veranschaulichen kann. Man geht um den singulären Punkt, die Achse der Wendeltreppe herum, und ist wieder über demselben Punkt der Fläche und doch auf einer anderen Stufe. Dies war ihm nicht leine leicht aussprechbare abstrakte Theorie. Es war zugleich ein existenzielles Leiden. Sein oft geschildertes, so oft befreundlich ironisiertes Stammeln des Reden umso unverständlicher, je wichtiger es wurde, entsprang diesem Leiden. Er appellierte fast aussichtslos und immer wieder unermüdet optimistisch an das Verständnis des Gesprächspartners. So leitete er später einmal ein philosophisches Gespräch mit mir dadurch ein, dass er an die Tafel ging und daran das Wort schrieb, Denken. Dann wandte er sich zu mir und sagte, Ich wollte ja nur sagen, dass ich hier etwas ganz anderes hingeschrieben habe, als wenn ich ein anderes Wort dahin geschrieben hätte. Was er an jenem Tag mit Heisenberg gesprochen hat, weiß ich nicht mehr. Ich spüre noch den Geruch davon. Wir reisten dann ab. In mir ging in jenen ersten sechs Monaten des Jahres 1932, begreiflich bei einem 19-Jährigen, in anderen als den hier geschilderten Zusammenhängen, emotional, alles drunter und drüber. Aber aus dem Auf und Ab der Wellen tauchte immer wieder wie eine Leuchtboje die eine Frage auf, Was hat Burr gemeint? Was hat Burr gemeint? Was muss ich verstehen, um sagen zu können, was er gemeint hat und warum er recht hat? Auf endlosen, einsamen Spazierwegen plagte ich mich damit ab. Mit jugendlichem Allwissen und Ehrgeiz glaubte ich, jetzt, nachdem ich Burr kennengelernt hatte, jetzt oder nie, müsse ich den Durchbruch zu meiner Philosophie finden. Wohl um den 12. März war ich mit Heisenberg auf seiner Skihütte am Südabhang des großen Treiten. Man fuhr nachmittags mit der Bahn von München nach Bayerisch Zell und ging noch mit Rucksack und Skiern beladen anderthalb Stunden zur Übernachtung zum Zipfelwirt, wo Schneewind durch die Wipfel zirrt. Am nächsten Morgen stieg man durchs Nesseltal und über das Unterberger Joch auf zu steilen Alm. Dort hatte Heisenbergs Pfadfindergruppe eine verfallene Almhütte wiederhergerichtet und dafür vom Bauern das Recht erhandelt, sie im Winter als Skihüte zu benutzen. In diesem Jahre waren wir dort zu zweit. Im darauffolgenden Jahre waren Nils Burr und sein Sohn Christian sowie Felix Bloch dabei. Heisenberg hat später in seinem Buch »Der Teil und das Ganze« in Kapitel 11 »Diskussionen über die Sprache 1933« dieses Zusammensein unübertrefflich beschrieben. Es war für mich die erste Gelegenheit, Bohrs Philosophie des Alltages kennenzulernen. Die oft erzählte Geschichte vom Gläserwaschen habe ich so in Erinnerung. Burr betrachtete voller Stolz sein Werk und sagte, »Dass man mit schmutzigem Wasser und einem schmutzigen Tuch schmutzige Gläser sauber machen kann? Wenn man das einem Philosophen sagen würde, er würde es nicht glauben.« Unsere Abfahrtszeiten vom 3. Gipfel habe ich, so meine ich, genau in Erinnerung. Heisenberg brauchte 8 Minuten, Bloch 12, ich 18 und Burr 45 Minuten. Auf dänischem Laub lernt man eben das alpine Skifahren nicht. Aber er gab nie nach, er war zäh. Und das von ihm geschnitzte Windrad war das Einzige, das in vollkommenem Gleichgewicht lief. Aber 1933 war ich über Bohrs Philosophie schon beruhigt. Ich sammelte gleichsam schon Anekdoten, um sie zu illustrieren. Jetzt, ein Jahr früher, trieb sie mich bis zur Verzweiflung um. Von Bayerisch Zelt fuhr ich nach Freiburg zu Georg Picht, eher künstlerisch geprägt, ein Jahr jünger als ich und umgetrieben wie ich, mutete mir die volle Philosophie zu, offen für alle Wirklichkeit, wie Platon und Nietzsche. Ihm gegenüber verteidigte ich die Wahrheit des Satzes vom Widerspruch, während ich zugleich in tiefstem Zweifel darüber steckte, warum er wahr sei. Das Leipziger Semester begann. In den Pfingstferien pflegte Heisenberg vor dem Heuschnupfen, in pollenarme Gegenden zu fliehen. Wohl fünfmal hat er mich dazu mitgenommen. 1930 nach Helgoland, 1933 bis 1935, wenn ich mich an die Jahre recht erinnere, nach Sylt. Diesmal 1932 gingen wir in den Thüringer Wald, in das hochgelegene Dorf Brotteroder über Gotha. Hier gab es junges Buchenlaub, dessen Grün in der Sonne zart leuchtete, wie Aquarellfarben, die noch nicht getrocknet sind. Es gab lange Nachtwanderungen und am Morgen weiter etwas melancholische Blicke über die Höhenzüge des Rennweges. Der Bayer Heisenberg zitierte aus Hugo Wolfs Bitte Rolf Kampf müde und Sonnen verbrannt, fern an der Heidenstrand, waldgrünes Thüringer Land, denk ich an dich, waldgrünes Thüringer Land, wiederholte er, das ist schön gesagt, das ist wahr, so ist Deutschland. Außerdem waren wir beide in Brotterode sehr fleißig. Im November 1932 hatte Chadwick das Neutron entdeckt. Das brachte eine kleine Revolution in Heisenbergs Erwartungen an die Weiterentwicklung der physikalischen Theorie hervor, wo es fundamentale Erkenntnis 1912 war gewesen, dass die Erklärung der Stabilität der Atome nicht bloß ein neues Modell des Atomes erforderte, sondern neue Grundgesetze der Physik. Heisenberg hatte 1925, 23-jährig diesen Gesetzen unter dem Namen Quantenmechanik ihre bis heute endgültige Gestalt gegeben. In der Ebene wissenschaftstheoretischer Reflexion war das für ihn das Modellbeispiel des Gedankens geworden, dass die fundamentale theoretische Physik nicht in gleichmäßiger Wissensakkumulation fortschreitet, sondern in einer Folge jeweils abgeschlossener Theorien. Weder Brot noch er hielten damals die Quantenmechanik für die letzte Fundamentaltheorie. Sie erwarteten baldige Fortschritte über diese Stufe hinaus. Heisenberg konnte nie den Gedanken ertragen, seine Jugendarbeit sei die letzte große Inspiration seines Lebens gewesen. Bohr und Heisenberg erwarteten damals das Problem, wie Elektronen im Atomkern sein können, werde eine neue Fundamentaltheorie jenseits der Quantenmechanik zu seiner Lösung erfordern. Man kannte als mögliche Bausteine des Kernes nur Proton und Elektron, es schien aber quantenmechanisch unmöglich, die leichten Elektronen im Kerne festzuhalten. Anhand der kontinuierlichen Beta-Spektren spekulierte Bohr über eine mögliche Verletzung des Energiesatzes bei der Elektronenemission aus dem Kern. Dieses Problem wurde schließlich durch Paulis Gedanken eines weiteren Teilchens des Neutrinos konservativ gelöst. Chadwick's Entdeckung nun brachte Heisenberg auf den Gedanken, der Kern bestehe nur aus Protonen und Neutronen. Die Elektronen würden gleichsam bei ihrer Emission erst erzeugt. Protonen und Neutronen im Kern konnten der Quantenmechanik genügen. So war die Stabilität des Atomkerns gerade andersherum erklärt als 20 Jahre zuvor durch Bohr die Stabilität der Atomhüllen. Nicht durch neue Fundamentale Gesetze, sondern bequemer durch ein neues Modell. Eine kleine Enttäuschung einer voreiligen Hoffnung auf eine neue große Revolution. Aber mit seinem unermüdlichen handwerklichen Ehegeiz arbeitete Heisenberg das Modell nun aus. Heute fällt mir zu, in der Ausgabe von Heisenbergs Werken den Kommentar zu seinen kernphysikalischen Arbeiten zu schreiben, deren erste in Brotterode entstanden ist. Ein sehr viel uninteressanteres Thema. Ich quälte mich mit einer etwas langweiligen, aber nicht ganz leichten Doktorarbeit ab. Einer Kletterei, die ich ohne Heisenbergs Bergführerhaftes Ziehen und Schieben nicht zur Zeit zu Ende gebracht hätte. Aber zugleich ging mir die Philosophie im Kopf herum. Eines Morgens schrieb ich einen Zettel voll mit einer Folge von Sätzen, die ich wie eine direkte Inspiration empfand. Der erste Satz, der das Tor aufschloss, lautete »Bewusstsein ist ein unbewusster Akt«. Über die Natur dieser Inspiration wurde ich erst 30 Jahre später belehrt. Klaus Mayer-Abich schrieb um 1962 bei mir in Hamburg seine Dissertation über Bohr. Als ich ihm diesen Satz erzählte, sagte er, »Der Satz steht bei William James«. Und Bohr hat im Winter 1931, 1932 ständig William James gelesen. Also hatte sich der Satz von Januar bis Mai durch mich hindurch gewühlt, bis er mir mein Tor aufschloss. »Jener Zettel scheint nicht mehr zu existieren. Etwa 1934 habe ich einen nicht veröffentlichten langen Aufsatz über den Begriff der Erkenntnis geschrieben, in dessen Mitte ich den Inhalt des Zettels aufnahm. Den Anfang wörtlich die Fortsetzung geglättet und erweitert. Ich möchte hier einige Passagen daraus abschreiben. Bewusstsein ist ein unbewusster Akt. Das Kind wird sich der Dinge bewusst. Der Knabe wird sich seines Bewusstseins bewusst. Der Mann ist sich dessen bewusst, dass er sich seines Bewusstseins bewusst geworden ist. Aber stets ist das letzte Bewusstwerden wieder ein unbewusster Akt. Wie gehen, essen, ja atmen. Will ich wissen, was ich eben jetzt denke, so kann ich es nicht mehr denken und stürze die Wendeltreppe des unendlichen Regresses hinab. Ohne unmittelbar verständliche Sätze gäbe es keine Erkenntnis. Unmittelbar verständliche Sätze sind aber gleichsam unbewusste Akte. Ihre Worte gelten unreduziert, sie sind undefiniert. Man kann sie definieren, bewusst machen, aber nur mit Hilfe anderer, undefinierter, unbewusster. Man kann den elementaren Akt des Bewusstmachens nicht anders bezeichnen als durch Worte wie fixieren, aufweisen unbewusster Tatbestände. Auch die Aufgabe der Wissenschaft ist nicht das Beweisen, sondern das Aufweisen. Ein Beweis durch Deduktion ist die Aufweisung einer besonderen Art des Zusammenhanges zwischen bereits Fixiertem. Ein Erfahrungsbeweis ist die Aufweisung schlechthin. Bewusstmachen ist ein Akt der Fixierung. Vorstellbar nennen wir das, was fixiert ist. Der Weg zu ihm durch das Chaos des Unbewussten ist durch die Fixierung gesichert und so können wir es wiederfinden und vor uns stellen, uns vorstellen. Der Rest, das Unbewältigte, ist freilich Existenzgrund des Lebens und immanente Rechtfertigung der Erkenntnis. Wir haben stets nur das Allgemeine. Das Besondere ist nur das jeweils spezialisierte Allgemeine. Bei allen Hypothesen über den Zielpunkt einer Erkenntnis muss man bedenken, dass man über die Sprache doch wieder nur sprechen kann. Der genommene Abschluss gehört freilich wesentlich zur Erkenntnis. Er garantiert ihren inneren Zusammenhang und damit erst die Möglichkeit, das einmal Aufgewiesene auch festzuhalten. Erst der Zusammenhang macht die Erkenntnis zur Erkenntnis. Alles Bewusstmachende fixieren geschieht durch einen Akt der Symbolisierung. Die Gesamtheit der innerlich verbundenen Symbolisierungsakte, deren wir jeweils fähig sind, heißt Bewusstsein. Je mehr ein Symbol isoliert ist, desto mehr geht das Phänomen, dem es entspricht, aus dem Bewussten ins bloß Geahnte über. Man sieht hier, dass der Begriff bewusst relativ ist. Erkenntnis ist Bewusstseinserweiterung. Es gibt zwei Arten der Erkenntnis. Fixieren mit Hilfe des vorliegenden Symbolmaterials, sammeln der Erkenntnis Wachstum und fixieren mit Hilfe neuer Symbole, die dem vorhandenen Komplex angegliedert werden können. Schöpferische Erkenntnis, Geburt. Es ist evident, wie diese Sätze James, Bohr und Heisenberg spiegeln, ohne mit einem von ihnen identifizierbar zu sein. Ich sah Bohr zum ersten Mal wieder im September 1932. Er hielt damals in jedem Herbst unter dem seidenblauen Kopenhagener Septemberhimmel eine wissenschaftliche Konferenz in seinem Institut ab. Von 1932 bis 1938 habe ich an den Konferenzen teilgenommen. Sie waren die wissenschaftlich fruchtbarsten und dem Verlauf humansten Tagungen, die ich je erlebt habe. Jedes Jahr lud Bohr vier oder sechs seiner vertrautesten Freunde und Schüler zur Konferenz ein und forderte jeden auf, einen oder zwei Mitarbeiter eigener Wahl mitzubringen. Jeweils am Abend vor Konferenzbeginn lud Bohr dann den kleinen Kreis der Vertrauten in seine Wohnung ein und fragte. Worüber wollen wir nun in den nächsten Tagen reden? Also gab es keine präparierten Manuskripte, es gab die höchste Stufe der jeweiligen Aktualität und da die Konferenz in den guten frühen Jahren etwa doppelt so viele Stunden wie Teilnehmer zählte, gab es Zeit, jedes lohnende Problem auszudiskutieren. In der Konferenz von 1932 hielt Bohr ein Grundsatzreferat über die aktuellen Schwierigkeiten der Atomtheorie. Ich erinnere mich des Inhaltes nicht, wohl aber der Frustration der Teilnehmer über die nun doch schon lange bekannte Unverständlichkeit seines Redens. Mit leidendem Gesicht, schräg gehaltenem Kopf stammelte er unvollständige Sätze. Nicht einmal die Sprache, die er benutzte, blieb konstant. Sie schwankte zwischen Deutsch, Englisch und Dänisch und wenn es ganz wichtig wurde, murmelte er, die Hände vor das Gesicht gepresst. Wir bösen Buben sagten, er kenne nur drei mathematische Symbole, in Worten viel größer als, viel kleiner als, ungefähr gleich. An jenem Tage hatte er eine Weile in der rechten Hand die Kreide, in der linken den Schwamm. Er schrieb Formeln mit der rechten und wischte sie mit der linken alsbald wieder aus. Plötzlich ertönte aus dem Auditorium die energische Stimme seines alten Freundes Paul Ehrenfest. »Bohr!« Erschrocken wandte Bohr sich zu ihm hin. »Bohr, gib den Schwamm her!« Mit gequältem Lächeln überreichte ihm Bohr den Schwamm. Und Ehrenfest hielt ihn während des Restes des Vortrages fest auf seinen Knien. Aber wenn dann ein anderer, Heisenberg, Dirac, Pauli, etwa ein Referat hielt, unterbrach ihn Bohr mit Fragen, eingehüllt in das Zuckerbrot seiner hilflos freundlichen Redensarten. »Das ist ja sehr, sehr interessant. Ich meine nicht, um zu kritisieren, nur um zu lernen, muss ich fragen. Wir sind Dir vielmehr einig, als Sie denken. Bei ganz dummen Menschen sagt er resigniert nur noch »Oh, sehr, 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 sehr.« Und dann wurde im Verlauf mehrerer Stunden erbarmungslos alles klar. Ich möchte hier eine von mir oft mündlich erzählte, etwas spätere Erinnerung noch einmal einflechten. Nach der Konferenz von September 1933 blieb ich mehrere Monate in Kopenhagen. Ich wohnte bei Fröken Talbitzer in Hellerup, einer reizenden und energischen alten Dame, die mir bald nachher, als ich ihr schließlich zum 81. Geburtstag gratuliert hatte, antwortete, sie fühle sich, als seien in ihrem Alter die beiden Ziffern vertauscht. Auf der Konferenz hatte der Engländer Williams eine Methode zur genäherten Berechnung von Streuquerschnitten bei hohen Energien vorgetragen. Es gab eine lange Diskussion mit Verbesserung der Wilhelmschen Methode, an der mehrere Leute teilnahmen, darunter auch Landau aus Russland und ich. Alle anderen reisten ab und Boer forderte mich auf, das Ergebnis der Diskussion in einer eigenen Arbeit zusammenzuschreiben. Er schrieb deshalb auch an den im mündlichen Gespräch unerschöpflich aggressiven Landau, der nach sechs Wochen mit einem Brief von einem Satz antwortete. Boer zeigte mir den Brief und sagte, Landau scheint nicht so viel zu schreiben, wie er spricht. Ich schrieb die Arbeit im Laufe einiger Wochen auf und gab sie in Boers Sekretariat ab. Boer selbst war wenig zu sehen. Er war sehr angestrengt, oft außer Haus, wohl schon mit viel Regierungsberatung und mit der unermüdlichen Fürsorge für deutsche Emigranten. Nach 14 Tagen bekam ich einen Gesprächstermin bei ihm. Er kam verspätet, sah unendlich müde aus, zog die Arbeit heraus und sagte, Oh, sehr, sehr, das ist ja eine sehr schöne Arbeit geworden. Ja, nun ist alles klar. Ich hoffe, dass wir sie bald veröffentlichen. Ich dachte, der arme Mann, er hat sicher gar keine Zeit gehabt, die Arbeit zu lesen. Er fuhr fort, nur um zu lernen, was bedeutet eigentlich die Formel auf Seite 17? Ich erklärte es. Er, ja, das verstehe ich. Dann muss aber doch die Fußnote auf Seite 14 folgendes bedeuten. Ich, ja, das habe ich genau gemeint. Aber dann, und so ging es weiter und er hatte alles gelesen. Eine Stunde verfloss, er wurde immer frischer und ich kam einmal in eine Schwierigkeit der Erklärung. Nach zwei Stunden war er strahlend frisch, ganz bei der Sache in vollem, naivem Eifer und ich spürte meine Müdigkeit und dass ich in die Enge getrieben wurde. In der dritten Stunde aber sagt er triumphierend und zugleich ohne jeden bösen Willen, nun verstehe ich, nun verstehe ich die Pornte. Die Pornte ist, dass alles ganz genau umgekehrt ist, als Sie gesagt haben. Das ist die Pornte. Und mit gebührender Einschränkung des Alles war es wohl so. Wenn man solche Erfahrungen mit seinem Lehrer ein paar Mal gemacht hat, hat man etwas gelernt, was anders nicht zu lernen ist. 1932 war der 100. Todesjahr Goethes. Die Konferenz endete mit einer im Wesentlichen von Max Delbrück inszenierten Faustparodie, angewandt auf die aktuelle theoretische Physik. Es gab neben der klassischen eine quantentheoretische Wahl Purgesnacht und da die Entdeckung des Neutrons zu feuern war, war es am Schluss das ewig Neutrale, das uns hinanzog. Der Beginn aber war der Prolog im Himmel. Die drei Erzengel traten auf in der Maske der drei streitbaren Astrophysiker Eddington, Jeans und Malen. Eddington begann. Die Sonne strahlt bekannterweise in Polytropasphärenglanz und ihre vorgeschriebene Reise bestätigt meine Formeln ganz. Nach Absolvierung ihrer Kontroverse aber sagten die drei unisono, Ihr Anblick gibt uns allen Stärke, da keiner sie ergründen mag. Die unbegreiflich hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag. Nun wurde das Tuch herabgezogen, das Gott den Herrn wie ein noch unentfülltes Denkmal verdeckt hatte. Oben auf dem Experimentiertisch des Hörsaals saß auf einem hohen Schemel ein Zylinder auf dem Kopf der Schauspieler war Felix Bloch und die unverkennbare Maske war die von Nils Bohr. Mephisto aber als Schauspieler Leon Rosenfeld mit der nicht minder unverkennbaren Maske von Wolfgang Pauli sprang auf den Experimentiertisch, setzte sich vor die Füße des Herrn und begann Na du Herr dich wieder einmal nahst und fragst wie alles sich bei uns befinde und du mich sonst gewöhnlich gerne siehst siehst du mich mit einer ausladenden Geste zum Auditorium auch unter dem Gesinde. Ich wiederhole hier nicht den Text aber so war es unser Lachen überbohr war der Ausweg daraus dass wir ihn oft nicht verstanden fast grenzenlos bewunderten und grenzenlos liebten. Musik